Hallöchen, da bin ich wieder mit der dritten Folge. Ja, wir werden heute mal die Support-Klasse reinschauen. War nochmal auf easy. Mal schauen, was sich hier jetzt so ergeben wird heute. War wieder eine recht schnelle Lobby-Suche hier. Ich habe das Gefühl, die sind schon aktiv. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so ergeben werde. Okay. Okay, also man startet wohl mit jeder Klasse erstmal mit der gleichen Waffe. Okay, also man startet wohl mit jeder Klasse. Okay, also man startet wohl mit jeder Klasse. Okay, wir sind aktuell 15 Leute hier in der Lobby. Okay. Genau, flieg nicht voll rum, kämpfe. Okay. 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 Uh oh. Käfer fliegen tief. Es fängt bald an zu regnen. Hat er gerade gesagt tschüss? Uff. Okay. Okay. Das waren jetzt ein paar. Die haben Spaß gemacht. Okay, mein blauer Freund, ich gebe dir Deckung. Das ist Pyre. Das ist Pyre. Das ist Pyre. Das ist Pyre. Ich habe... Wuhuu. Zum Glück bin ich da nicht rangegangen. Okay, also meine Fähigkeit ist schon nice. So ist es nicht. Einfach mal so eine kleine Healdrohne rausballern. Hat schon was. Aber jetzt sollen wir hier wieder die Base aufbauen, ne? So. Höfen sie den Druck. Die Verkehr. Die Hände sind in der Mitte. Die Bahn geliekt. Die Bremstung sind in der Mitte. Die Bremstung ist auf die Brimstung. Die Bremstung sind in der Mitte. Die Bremstung sind in der Mitte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, dann ziehen wir mal die Wände hoch Okay, ich will mir nochmal Munition holen Ist sie hier irgendwo? Ja Hey Oh, haben wir jetzt alles aufgebaut? Da ist noch was Die Toa Roll an grenade Okay. Good morning. The base is under attack. Data collection is reading at 50%. Keep that arc standing, Grimstone One. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, that's 75% we're almost there brems done one The next thing let's not reparate Well done, troopers. We got what we needed. Drop what you're doing and head to the extraction point. All received. Ultra 1 inbound for pickup. Moving to the LZ troopers. Hustle up. Okay. Get up with these absed. Morning. The base is under attack. Morning. 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 Wir sind im Krieg. hässliche kackkäfer sie kommen hier bei uns oh manche von uns sehen nicht mehr so gesund aus wir sind in 30 Sekunden get in the ship or be left behind get in the back ich mag das spiel also es war jetzt auf jeden fall wieder eine längere runde wobei ich glaube erste phase haben wir wieder verpasst zum ende der ersten phase sind wir glaube ich reingekommen aber wir haben hier eine neue waffe mit dem wir kommen und ich war hier wieder der massenmörder ok aber wir waren das zweitstärkste team so die waffe will ich mir jetzt aber gerne mal angucken ja das ist ja dann glaube ich die und sniper gewährle ich das richtig gesehen habe dort ja 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 probieren wir mal aus neue pistole haben wir nicht also ich würde zwischen hunter und abweiter bin ich hin und her gerissen was besser ist der besten gefällt mir ein bisschen weniger aber hat halt auch so seine vorzüge im endeffekt geht es dann halt auch wieder darum dass du ein ausgebogenes team hast klar aber an sich auf jeden fall ein mega nettes spiel wo ich mega bock drauf das weiter zu testen was ist der stegger ist jetzt die frage was heißt stegger das ist einfach mal aus ich glaube bei dem habe ich keine neue waffe bekommen doch morita nett das war es auf jeden fall in diesem part beim nächsten mal schauen wir mal eine runde schwerer glaube ich rein vielleicht mal schauen bin mir nicht sicher vielleicht ist beim nächsten mal auch ein mitspieler mit ballen aber bis dahin Chosen mit Fosen ihr Kunstbandhausen Tötet die Käfer